Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute möchte ich euch das Tool Lumen5 vorstellen. Damit kann man ziemlich coole Social-Media-Videos machen, also Videos, die man gerne mal in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch Instagram sieht. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch mal hier. Und zwar könnt ihr nämlich mit Text, zum Beispiel aus euren Blogartikeln über RSS oder eben auch mit Text, den ihr einfach eingebt, per Copy-Paste etc. solche Videos hier erstellen, dass man im Grunde im Hintergrund ein Video oder ein Bild hat und der Text dann dort hineinfliegt. Und das finde ich ja sehr praktisch, denn damit kann man zum Beispiel sehr cool und einfach einen Teaser für seinen Blogartikel erstellen, denn wie ihr ja sicherlich wisst, ist das mit der Reichweite bei Facebook und Co. so eine Sache. Und Videos sind aber dafür eben sehr gut geeignet, weil sie gerne geteilt werden und gerne angeschaut werden. Das ist halt das Format, was am liebsten angesehen wird. Und ja, so kann man eben sehr schnell und sehr einfach so ein Video erstellen. Und das Schöne ist, das Ganze könnt ihr kostenlos nutzen. Ja, ich zeige euch das mal eben hier im Pricing. Wir haben hier einmal die kostenlose Version, wo ihr im Grunde schon so grundlegend so ein Video gestalten könnt, indem ihr einfach Text eingebt, so viele Videos erstellen könnt, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch auf kostenlose Bilder und Musik zugreifen. Einzig, was hier halt ist, dass ihr es nur mit 480 Pixel herunterladen könnt. Das ist aber, sag ich jetzt mal, nicht ganz so tragisch im Sinne von, dass wenn man sich jetzt bei Facebook ein Video anschaut, dann ist es ja eher selten, dass man das in Vollbild anschaut. Meistens ist man mobil unterwegs und dann guckt man sich das eben auf dem Handy an und dann geht das mit der Qualität schon in Ordnung. Wir können sogar ein eigenes Logo hochladen und unsere eigenen Fotos und Videos hochladen. Die Pro-Version, die habe ich jetzt in dem Fall. Da kann man einfach noch ein paar Dinge mehr machen, indem man zum Beispiel eben auch rechteckige bzw. viereckige Videos für Instagram beispielsweise erstellen kann oder eben auch, dass man kein Lumen5 Branding auf den Videos hat. Man kann das Ganze in 720p herunterladen. Man hat noch ein paar weitere Schriftarten. Wir können ein eigenes Wasserzeichen hochladen und wir können auch ein eigenes Outro hochladen. Ja, und dann gibt es eben noch die Business-Version. Da sind noch mehr Media-Files und so weiter mit drin und wir können es in Full HD herunterladen. Ja, aber das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Also wie gesagt, ihr könnt hier wirklich für 0 Euro starten und das ist auch jetzt nicht eine Test-Version oder so, sondern es ist für immer kostenlos zum Ausprobieren auf jeden Fall geeignet und je nach Zielgruppe, also je nachdem, wo eure Zielgruppe so die Videos anschaut, ob vom Handy oder Computer, könnt ihr dann eben entscheiden, was für euch hier jetzt sinnvoller ist. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum. Wir gehen einfach mal in den internen Bereich hinein und ich zeige euch, wie das so funktioniert mit dem Video erstellen. Dafür gehe ich mal in mein Dashboard und hier habe ich auch natürlich ein paar Möglichkeiten. Ich sehe meine Videos und meine Entwürfe. Ich kann Projekte anlegen. Ich kann Instant-Videos erstellen und ich kann eben, was jetzt hier der Kern des Ganzen ist, ein Video erstellen, indem ich auf Create Video hier oben rechts klicke und dann habe ich mehrere Optionen. Ich kann einmal von einem Artikel das Video erstellen lassen sozusagen. Das zeige ich euch mal eben. So, dafür kopiere ich jetzt einfach mal den Link hier von meinem letzten Blogartikel, wie du mit Gegenwind aus deinem Umfeld am besten umgehst und füge den hier ein und dann könnte ich auf Go klicken. Dann haben wir noch hier Copy und Paste Content. Das heißt, hier können wir einfach Content hineinschreiben und Start from Scratch. Da würden wir dann entsprechend ganz bei Null anfangen und einzelne Texte hinzufügen. Und ich mache das Ganze hier jetzt mal eben mit dem Blogartikel, weil das super einfach ist. Ich klicke auf Go. Dann wähle ich in dem Fall jetzt das Format. In der Free-Version kann man das Format nicht auswählen, denn, ja, wie gesagt, in der Pro-Version hat man dann eben noch die Square-Version und die Vertical-Version. So, ich würde jetzt in dem Fall einfach mal die Landscape-Version nehmen, damit ihr auch seht, wie das Ganze aussieht. Aber hier rechts sehen wir zum Beispiel schon wieder diese Vertical-Version, also im Grunde diese Fullscreen-Mobile-Version, würde natürlich richtig toll jetzt für Facebook, aber eben auch für Instagram-Stories beispielsweise passen. Ich nehme jetzt hier mal die Landscape-Version, und dann kann ich mir noch ein Theme sozusagen aussuchen. Ich nehme mal hier dieses einfache, hier Fresh Spring. Und dann sehen wir folgendes. Links wurde mein gesamter Inhalt, mein gesamter Content von dem Blogartikel hier übertragen. So, und jetzt kann ich im Grunde mit meiner Maus auswählen, welche Bereiche ich zum Beispiel hier jetzt als einzelne Szenen haben möchte. Hier haben wir schon die Headline im Grunde, ja, wie du mit Gegenwind aus deinem Umfeld am besten umgehst. Und dann kann ich das Nächste hier anklicken, und dann sehen wir schon, das ist immer in Sätze beziehungsweise in Absätze hier unterteilt. Und da muss man natürlich, wenn man jetzt hier das über die Klicks macht, aber also über die Import-Funktion macht, da muss man sich hier natürlich, ja, so ein bisschen das Ganze so erstellen, wie es für einen dann passt. Also man muss ein bisschen dran rumfreckeln, bis es dann passt. Deswegen nehme ich meistens die Copy-and-Paste-Variante, weil ich dann einfach so einen kleinen Teaser schreibe, um eben, ja, meinen Blogartikel anzuteasern, beispielsweise. Ja, so, das aber später. Jetzt sehen wir hier Bilder, die werden direkt auch automatisch generiert. In dem Fall sind es jetzt hier die gleichen Bilder, weil es um diesen gesamten Absatz geht. Das können wir selbstverständlich auch wieder löschen und auch natürlich die ganzen Bilder rausnehmen. Ich nehme mir jetzt hier mal das wieder alles raus, damit das nicht zu unübersichtlich wird. So, und ich möchte jetzt beispielsweise hier von den Hintergrund ändern. Ja, dann habe ich hier links die Möglichkeit, zum Beispiel über die Medien, mir ein anderes Bild auszusuchen. Wenn ich zum Beispiel das hier lieber hätte, ja, dann ziehe ich das einfach da rein. Und die Medien hier kann man umsonst nutzen. So, und dann kann ich selbstverständlich hier auch noch den Text anpassen. Dafür habe ich rechts noch ein paar Funktionen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich kann mir übrigens hier auch GIFs raussuchen, die ich als Hintergrund abspielen möchte. Und ich kann eben auch eigene Sachen hochladen. Gleiches gilt für Musik. Wir haben hier Musik, die wir auch kostenlos nutzen können. Können wir hier dann aussuchen. Und die wird dann im Grunde hinter das Video gelegt. Und wir haben noch einen Style, so dass wir eben Brand Presets nutzen können. Also ein Logo etc. Wir haben hier die Möglichkeit, in der Pro-Version, wie gesagt, ein Wasserzeichen hochzuladen. Wir können das Theme anpassen mit den Farben. Ja, wenn mir das jetzt besser gefällt oder lieber das Blau oder whatever, dann kann ich das hier anpassen, Schriftart etc. Also da am besten durchgehen. Wir haben auch noch verschiedene Animationen, wie die Schriftart rein soll und vieles, vieles mehr. So, das aber nur mal ganz kurz. Rechts, wie gesagt, haben wir dann unsere Szenen, wo wir den Hintergrund entsprechend anpassen können, wo wir selbstverständlich auch hier reinklicken können und was tippen können. Wir können uns das Ganze in der Vorschau anschauen. Wir können hier sagen, ist das ein Titel, ist das No-Text, also soll das keinen Text haben, soll das ein Quote sein, also ein Zitat oder ganz normaler Text. Wir können die Textposition ändern, also zum Beispiel in die Mitte oder eben oben rechts. Hier passt es jetzt sehr gut hin, weil der Mensch hier so steht, so dass es im Grunde so ein bisschen umläuft. Dann können wir hier sagen, was gehighlighted werden soll. Am besten umgehst, dann nehmen wir den Highlight mal raus. Hier mit Gegenwind, das könnte man besser highlighten und dann kann man das entsprechend so machen, wie man das gerne möchte. Und über Advanced haben wir noch so ein Dimmer on, Dimmer off, also wie dann die Übergänge sind. So, wenn wir jetzt noch eine eigene Szene hinzufügen wollen, dann klicken wir auf das Plus, da können wir dann auch so Text hineinschreiben oder wir suchen uns hier das hier zum Beispiel raus. Dann nehmen wir den mal hier raus. So, heute bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und auf eigenen Beinen stehe. Da möchte ich jetzt ein anderes Bild hinterhaben, beispielsweise. Ja, was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir doch mal so ein GIF. Dann sieht man mal eine Bewegung. Da haben wir Poppies ganz viele. Die sind wohl anscheinend sehr populär gerade. Keine Ahnung, nehmen wir mal das hier. Das passt natürlich gerade absolut nicht zum Thema, aber das macht nichts. Und wie du gesehen hast, wird hier zum Beispiel sogar schon der Text so verschoben, dass man möglichst viel von dem Bild auch sieht. Aber wie gesagt, das kannst du ja dann manuell anpassen. So, jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Outro hinzufügen, also eine Outro-Szene, zum Beispiel das Logo plus eine Nachricht. Das kann man dann hier hochladen. Zum Beispiel, ja, hier steht ja noch Share this Video. Das kann man selbstverständlich dann übersetzen, Fullscreen, was man möchte. Und Credit Scenes, wenn man jetzt eben beispielsweise Bilder von Fotolia oder so genommen hat, dann müsste man ja hinzuschreiben, von wem die Bilder sind oder Videos oder whatever, je nachdem, was man in diesem Video eben zeigt. So, hier sagen wir No Outro. Und jetzt kann ich eben hier oben links, hier oben in der Mitte noch festlegen, ich könnte jetzt theoretisch die Größe noch mal hinterher verändern, aber wie gesagt, in der kostenlosen Version gibt es nur Landscape. Wenn ich jetzt in Square gehe, würde das dann so aussehen oder eben Vertical. Ja, ich habe jetzt den falschen Account, das macht aber nichts im Landscape. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, wie schnell das Ganze sein soll und wie lang das dann theoretisch dauern würde. Bei Fast würde das Ganze, also die 2 nur noch 8 Sekunden dauern und bei Langsam, wenn da vielleicht viel Text drauf ist, würde das Ganze dann etwas länger dauern. So, jetzt können wir uns das Ganze mal in der Preview anschauen. Ja, da sehen wir dann schon mal, wie das aussehen würde. Und wenn ich dann fertig bin, sage ich Finish. Und jetzt sagt er mir, oh, war es ja gar keine Musik? Ja, dann würde ich sagen, fügen wir mal noch Musik hinzu. Mal gucken, ob ihr das jetzt auch hören könnt. Ich mache das mal eben ein bisschen lauter. Dann kann man sich das hier so anhören. Wenn mir was gefällt, dann sage ich Select. Und die Musik wurde hinzugefügt. Jetzt sagen wir hier Finish. Sehe ich nochmal die Vorschau. Sag nochmal Finish. Und das Video wird gerendert. Und hier sehen wir schon, das dauert jetzt ungefähr 15 Minuten. Und dann ist das Video fertig. Wenn es fertig ist, hänge ich es euch nochmal hier jetzt an das Video dran. Dann könnt ihr euch das auch nochmal genauer anschauen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also nochmal zusammengefasst, ihr könnt hier mit Lumen5 kostenlos Videos erstellen, die eben aus Bildern, Videos und Text bestehen. Dafür klickt ihr nach der Anmeldung einfach auf Create Video. Könnt dann hier Text einfügen oder eben einen Blogartikel hier per Link einfügen oder eben Start von Scratch, also bei Null anfangen, ein Theme auswählen, sich ein paar Texte hier rausnehmen. Das wollen wir selbstverständlich nicht. Das ist nur eine Anleitung. Sondern wir können hier dann einfach hineintippen und dementsprechend neue Szenen erstellen, uns da dann Bilder zu ziehen. Und ja, das Ganze so anpassen, wie wir es möchten. Über den Punkt Finish bzw. Preview können wir das Ganze dann fertigstellen. Und das war es dann auch schon. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Dashboard und schauen mal, okay, es dauert noch 10 Minuten. Das waren jetzt zwar keine 5 Minuten, aber das macht ja nichts. Also ihr seht schon, es geht auf jeden Fall schneller. Und wie gesagt, ich finde es perfekt, um Blogartikel anzuteasern oder eben auch so Teaser für neue Videos etc. zu erstellen. Einfach das Ganze kurz zusammenzufassen, ein bisschen neugierig zu machen auf das, was da kommt und das mit entsprechenden Bildern oder auch Videos zu hinterlegen. noch ein bisschen passende Musik dazu. Dann auf Facebook hochladen oder bei Instagram, whatever. Und den Link natürlich dann dementsprechend nicht vergessen zu dem Video, zu dem Blogartikel oder zu dem Angebot oder was auch immer. Also ich finde es super, man kann hier so schnell und einfach ein kleines Video erstellen, das dann auch noch größtenteils mit den meisten Funktionen kostenlos. Probiert es einfach mal aus. Link packe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Das war es eigentlich schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann werdet es gerne. Hier gibt es immer wieder interessante, spannende Videos rund um das Thema Online-Marketing und Software beziehungsweise Tools, die einen im Online-Marketing unterstützen können. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess. Und da geht es noch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.